So und da sind wir wieder gegen Hidane. Hmm, that carelessness will kill you someday. Again with that? Just don't get careless with the Jinchuriki or with anyone else. The Leaf Ninja are a pretty talented group. I can't wait to get started. Hidane. Yes. What's this? Did you come for revenge? Be careful, Hidane. He's planning something. A plan? So what? The weak will die. It doesn't matter. Try me. Captain, tell me twice. Asimov, please watch over. Lord Jashin. What? Out of the way. Fuck you. Oh, my God. Fantastic. Niemals. Na, balder. Easy ausgekundet. Schon viel besser als Fuhren. Ja. 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 Sie erinnern mich an den ersten Leif-Ninja, die ich verletzt habe. Den ersten Hokage. Was? Ich würde mich über die alten Zeit hervorragieren. Aber ich bin Angst, dass wir nicht. Ich werde dich schnell enden. Keine Ahnung, ihr zwei. Bleib deine Ahnung, und das Ergebnis wird... den Terror. Zähne ich den Scherengang. Zähne ich den Scherengang! An Lastly, erOUGHt ein Scherengang! Kleine Ahnung! Es ist ein Scherengerade! Das ist ein guter Move. Das ist ein guter Move. Na endlich! Es ist vorbei. Okay, jetzt gehen wir weiter. Ja, Herr. Schade, es wird nicht so einfach sein. Still, ich glaube, dass du so gut würdest. Das ist ein Leif Ninja für dich. Nein, ich habe das Haus geholfen. Wie kann er immer noch bewegen? Also, du bist wirklich Immortal. Nein, nah, aber nicht ganz. Nein, nein, ich habe fünf Herz, du siehst. Unless du sie alle getrenst, du wirst mich nicht verletzt. Wunderschön, warum ich dir das alles erzähle? Weil, selbst wenn ich das, es noch nicht wird, es wird nicht aufzuhalten. Es wird nicht die große Gulf zwischen deinem Macht. Was? Das ist nicht alles, richtig? Ich denke, es ist Zeit, um zu verbrechen. Das trainierst du in der Tiefe. Pow man das wieder! Nein, das ist genug! Was ist passiert? Ich habe ihn nicht. Eine Mission. Sie beiden, und besonders du, Naruto, haben die größte Chance für ihn. Ich mache? Was? Wir gehen einfach... Was? Also Shikamaru und alle... Genau. Kannst du das tun? Ja, einfach... Gut. In diesem Fall... Du hast es. Du hast es. Du hast es. Ich fühle mich. Du hast es. प moet. Du hast es. Du hast es. Ich fahr' die Schmerzen. Du hast es. So, aber das werdet ihr alles dann in der nächsten Folge sehen, ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.